Ich habe jetzt auch einfach mal den Stream gestartet und dann gucke ich mir jetzt live für den Stream deine Anmoderation an. Nein! Es gibt keine Anmoderation. Nicht? Nein, es gibt keine Anmoderation. Ich habe jetzt einfach umgeschaltet. Und OBS ruckelt schon wieder wie Sau. Ich liebe es. Aber solange das nur die Schieberegler im Audio-Mix sind, die ein bisschen längen, ist mir das egal. Hallo Spadi. Hi, hi. Das wird lustig werden. Auf jeden. So, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Echo, schönes Game. Oh ja. Warte, ich mache mal eben direkt... Echo, stopp! Scheiße. Das kann ja nur gut werden. Nein. So. Weil ich nicht mehr weiß, ob es vor mir im Chat noch oben drinsteht, mache ich das jetzt mal eben so. Da könnte er dann, äh, beide Streams gleichzeitig schauen. Oh, das wird sehr lustig werden. Ich darf diesen Namen einfach nicht zu oft sagen, sonst geht das Ding immer los. Sam, sonst mit ganz vielen Ös immer Ecke. Ecke. Stopp. Stopp. Nein. Wir lassen das einfach. Schön. Was, äh, was spielst du da? Wie was spiel ich? Nein. Nein, ich werde das nicht aussprechen. Ein, ein, ein Simulationsstätte-Umwelt-Bau-Gedöns-Dings-Game. Das spiel ich. So. Boah, das und nichts anderes. Das wird lustig werden. Ah, auf jeden Fall. Ähm. Ach nö. Ach nö. Was, warum... Ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich lieb's. Hallo? Es passiert nichts, wenn ich E drücke. Passiert bei dir was? Nee. Oder kann das jetzt dran liegen, weil ich gerade ein Haus bauen wollte? Wie willst du denn ein Haus bauen? Du hast doch noch nichts. Äh, ein Camp. Ach so, du meinst das Ding. Ja. Wieso läuft der so geschaut? Hm, einfach komisch, dass ich nichts aufnehmen kann. Also ich kann auch nichts aufnehmen. Das beruhigt mich tatsächlich ein bisschen, weil dann weiß ich, dass es nicht an mir liegt. Und ich habe Admin-Rechte auf dem Server, also... Und vielleicht liegt es am Regen. Das wird sein. Aber ich glaube, ich werde tatsächlich ein bisschen weiter weg wandern, um mein Haus da zu bauen. Weil man muss ja, wenn man hinterher ein richtiges Haus baut, muss man da ja quasi ein Grundstück hin machen. Aber das muss mit dem Grundstück von deinem Zelt verbunden sein. Ansonsten geht das nicht. Okay. Das hatte ich nämlich, äh, auch noch getestet. Das, ähm, hat nicht so gut funktioniert. Also da, wo du dein Zelt hinbaust, sollte hinterher auch dein Haus stehen. Ah. Die Frage ist wirklich, warum nichts mehr aufnehmen können. Hm? Und die Frage ist wirklich, warum nichts mehr aufgehoben werden kann. Ich, ich suche mir mal schnell einen Platz, wo ich das Zelt hinstelle und dann, ich weiß es auch nicht. Ähm, weil so mitten auf dem Berg ist, glaube ich, unpraktisch, wenn wir irgendwas mit Karren oder so transportieren müssen. Ach ja, war ja. Weil dann müssen wir ja an der Rampen bauen, damit wir irgendwie Sachen hin und her tragen können. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ja, und dann darf nicht zu viel drauf sein. Ich habe schon überlegt, äh, ein bisschen oberhalb von uns, ähm, da wo der Fluss ins Meer fließt, quasi, das ist eine relativ flache Fläche. Da kann man bestimmt relativ viel was bauen. Und Bäume haben wir da hinter in diesem dunkelgrünen Bereich ganz viele. Ja, jeder nimmt eine Flussseite oder was? Ja, können wir machen. Welche willst du haben? Hier sind eigentlich relativ bums. Ja, auch. Das einzige, was wir später bauen müssen, ist auf jeden Fall eine Brücke, damit man zur, äh, Sandregion kommt. Oder in die Wüste. Weil hier ist ja meistens immer das Eisen vergraben. Ja, und hier juckt es auch nicht, wenn die Oberfläche ein bisschen vergiftet wird. Äh, ja. Das muss alles genau geplant werden. Sonst würde ich die obere Hälfte vom, vom Fluss nehmen. Ja, gerne. So, wie konnte man den First Person schalten? F5. Cool, das funktioniert. Es sieht so lustig aus. Der Charakter, ich weiß nicht, ob das bei mir auch so ist, aber dein Charakter bewegt die Arme nicht mit. Bisschen stippel ich aus beim Laufen. Ja, das, das könnte dran liegen. Nee, ich hätte jetzt gesagt, okay, es liegt dran, dass ich die Facecam aktiv habe, aber, nö. Es sieht ein bisschen aus wie aus Naruto, so. Ja, Ninja Run. Ja. Ja. Oh, Berg. Ja, ich gucke da mal, wie ich rüberkomme. Wenn ich hier bitte sag, dass ich hochkomme, danke schön. Ich wollte gerade sagen. Das ist sehr praktisch. 3. 3. 10. 10. 11. 12. 13. 14. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja. Äh, was hattest du gesagt? Ob wir die Aufgaben schon ein bisschen aufteilen sollen oder jeder erstmal die grundlegenden Sachen nimmt. Ich hätt gesagt, jeder macht erstmal grundlegend. Okay. 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 Mal. Okay. 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 So. Oh Gott, das habe ich ja völlig vergessen. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das mit dem Hunger ist echt sympathisch. Oh Gott, das mit dem Hunger ist. Da müssen wir noch Steine. Oh, auf jeden Fall. Oh oh. 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 Und jetzt geht's. Verdammt. Okay, Speicher. Und größere Plots, Holzhacke, umdrehen, Stein sich umdrehen. Und schnacken, umdrehen. Und schnacken, umdrehen. Und schnacken, umdrehen. Und schnacken. Und schnacken, umdrehen. Und schnacken, umdrehen. Und schnacken, umdrehen. Und schnacken. 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 Untertitelung des ZDF, 2021 So kann ich jetzt Okay Oh ja, wir kriegen Essen. Ja, Sammeln, Bergbau, Holzfell, ja, lernt den. Oh Gott, gibt es hier viele Rezepte. So, wo haben wir denn getrillt? Achs, Fisch. Okay. 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 Ah, das hat geklappt. Okay. Nice. Und damit haben wir eine... Okay. 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 Good. Heißt... Nice. Okay. Das war's für heute. So, was brauchen wir denn für... Wie kann man den bauen? So, werfen... Das ist ein Pferdzeug. Okay, das steht so weit weg von dem Lager. Gab es hier sowas wie Gieskern? Gieskern Fackel, Walte, Heimatstelle anschauen. Komm. Das ist ein Pferdzeug. 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 Das heißt, wir sind zu binden. Das ist ein Pferdzeug. Untertitelung des ZDF, 2020 Ok 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 Ein bisschen Korn geerntet. Gibt es hier noch andere Sachen? Ich höre hier nur irgendwelche Sachen durch die Gegend fallen. Was bist du? Königsfahren? So, und das hier ist... Heilkraut, okay. Orchidee. So, wir haben Papayas. Bespuren Königsfarm sein. Okay. Heut sparen. Ich will noch gucken, ob wir hier noch irgendwie ein anderes Gewöse finden. Flachs haben wir angebaut. Korn müssen wir eigentlich nicht anbauen. Wie sieht es mit so einem Blumen aus? Okay. Sonnenklungen gehen auch. Aber die will ich nicht ausrollen. Schwiegel. Schwiegel. Okay. Wascherwoll. Okay. Hier ist nichts interessantes. Abpflanzenfaser. Okay. Die will ich nicht. Besen. Schwiegel. Schwiegel. Jahrhundert. Beidee. So. Wie. Ich kann noch einen Typ von irgendwas sammeln. Oh, das ist wichtig. Komische andere Pilze. Wir sind hier im Regenwald. Ich will nicht im Regenwald sein. Okay. Diese Region will ich. Ich wollte gucken, ob ich irgendwo Weizen oder sowas finde. In der Höfnung. Oh. Ich habe nicht genug Platz im Winter. Ah, okay. Was kann ich denn wegschmeißen? Das. Tabitha Blut. Flachschmerz. Dann kann ich auch erstmal weg. Hm. Das wird gleich mal eine Kiste oder sowas herstellen. Das war glaube ich ein Marder. Cool. Was ist das? Pflanzenfaser. Okay. Ganz normale Büsche. So. Wow. Okay. Jetzt geht es wieder zurück. Kiste, 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 Settel, Crafting Tape, Stein, Schopp, Droh. Ne, hatte ich nicht noch irgendwas, wo ich noch Arbeit reinstecken musste? Hoffen wir nicht. Also, das war die Kiste, die Kiste, die Kiste, was ich noch nicht mehr als Kiste, die Kiste, die Kiste, die Kiste und die Kiste. Es ist, dass wir nicht mehr als Kiste oder Kiste zu sein, also viele Kiste. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, was braucht man denn für einen Landwirtschaftstisch? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, was braucht man denn für einen Landwirtschaftstisch? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, was braucht man denn für einen Landwirtschaftstisch? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, was braucht man denn für einen Landwirtschaftstisch? Okay, was braucht man denn für einen Landwirtschaftstisch? Okay, was braucht man denn für einen Landwirtschaftstisch? So War hier nicht um Holzkarren auftragen Okay, was braucht man denn für einen Landwirtschaftstisch? Okay Okay Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF auch in den Körpermen. Das ist alles gut. Ich habe sie wieder und sind viele Kumpel. Ich kann sie wiederholen. Die ZDF auch tearschen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay. Das war's für heute. Und jetzt kommt es noch ein bisschen weiter. So und damit... Sollten wir eigentlich erstmal genug Erde haben. Sollte... Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 So kann man eigentlich die FPS ausblenden. Ja. So kann man eigentlich die FPS ausblenden. So kann man eigentlich die FPS ausblenden. Okay, wir können landwirtschaftliche Sachen herstellen. Das ist schon mal gut. 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 Da komm ich nicht dran. Ah. Aber gut, an die Erde muss ich auch seltener zum Craften dran und wenn doch, dann pack ich es einfach in den Karren rein. Achso, nee, ich meine, dass du einfach zwischen den zwei Lagerplätzen hin und her schieben kannst. Nö. Okay. Hast du das hier eigentlich alles so kahl rasiert oder war das vorher schon? Das war vorher schon, da hinten standen drei Bäume, also so viel war hier tatsächlich gar nicht. Ich muss nur gleich mal nachpflanzen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ey, ja mal diese Unterstellungen hier, sie haben nicht für nichts Beweise. Gar nichts. Hast du nicht Watts aktiviert? Was? Hier, Video on Demand ist doch bei dir auch aktiv, oder? Also, ich glaube, ich habe da Beweise. Nein, haben sie nicht. Okay. Ja, ich mache mal weiter. Das ist alles eine Illusion ihrer selbst. Oh Gott. Viel Spaß. Danke. Danke. Verdammt. Ist das? Es ist... Du bist, du bist. ich könnte aber mal eben herstellen. Seafolz oder Bretter? Holzkeile. Ah, Schiff, Holzruder. Oh. Oh. So, das hier der Eingangsbereich. Da kann man hier rausgehen und hat hier eine Terrasse. Muss ich mal gucken, ob es Zäune gibt, dass man das ein bisschen einzäunen kann. Oh. 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 Verdammt. Hilfe. So, was für ein Problem hast du? Ach, weil das keiner. Okay. Verdammt. So, ich kann. So, ich kann. So, ich kann. So, ich kann. Okay. Und so. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Ist die Pflanze hier zu heiß geworden? Kann ich hier irgendwie Werkzeug bauen? Hier Oh 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 Okay Dann brauchen wir das Holz. Okay. Okay. Talentfrei. Zentral. Oh. Oh. Hilfe. Hilfe. Oh. 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 Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Und jetzt nehmt ich auch noch. Das war's für heute. Das war's für heute. So, und damit bekommen wir auf jeden Fall ein wenig Holz. So... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, an diesem Zimmermannstisch können wir jetzt nämlich einen Metzgertisch herstellen Dafür muss ich... Was? Das steht zu weit von dem Lager hier weg? Ehrlich? Steht er auch zu weit weg, wenn ich ihn da hin mache? Hallo? Hallo? Brauchst du hier eine Toilette? Nee, eigentlich wollte ich hier Sachen herstellen, das Problem ist, dass mein Lager hier zu weit weg ist Heißt, hier wird die Küche hinkommen Ich wollte mal gucken, wie hoch du die Deckenhöhe gesetzt hast, weil ich da keine Idee hab Ja, also ich denke, wenn man drei Blöcke hoch macht, sollte das eigentlich ausreichen Ja, auf jeden Fall Okay Dann kommt das Ding halt dahin Then kommt das Ding halt, dann kommt das Ding halt hin, dann kommt das Ding halt hin, dann… Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben sogar Kürbiskerne. Zuerst Samen. Ich werde jetzt als allererstes mal Felder machen, um die Samen alle anzupflanzen. Hast du schon mal mit Feldern gearbeitet? Absolut nicht, ne. Okay, weil ich habe das Gefühl, die vertrocknen einfach nur. Gibt es an dem Werkzeugtisch sowas wie eine Gießkanne? Habe ich nicht gesehen. Warte mal, kann ich nicht vielleicht irgendwie unten... Ja, da kann ich wahrscheinlich schlecht was anpflanzen, ne? Direkt am Wasser. Vielleicht vertrocknen die dann nicht. Vielleicht kommst du mir das hier durch mein Kraft. Hatte ich auch erst gedacht, dass man sowas macht. Ja. 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 Unerforscht benötigt Landwirtschaft. Warte mal, ich habe das doch ausgewählt. Okay, dafür müsste ich noch einen weiteren Stern in Landwirtschaft setzen, beziehungsweise in Dünger, damit ich den Bodenprüfer überhaupt das freischalten kann. Oh Gott. Aber, warte mal, gibt es nicht auch, wenn ich hier bei der Karte Weltenebenen, Umweltdaten, Bodennährstoffe, nee, das ist was anderes. Pflanzen. Okay, nee, dafür brauchen wir tatsächlich einen Bodenprüfer. Ich meine, hier wachsen ja auch Wildtomaten. Also sollte ich Tomaten ja theoretisch anpflanzen können. Ja, eigentlich schon. Ich habe übrigens auch schon Baumwolle gefunden. Nice. Wir können es zwar absolut noch gar nicht verarbeiten, aber zumindest haben wir es schon gemacht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Boan! 1 1 2 3 4 5 0 20 20 Vielen Dank. Ich habe Neuigkeiten. Oh Gott, ja? Ähm, du kannst auf der Karte die Fruchtbarkeiten anschalten und dann siehst du, wo was wächst. Du brauchst den Bodenprüfer nicht. Hat gerade einer bei mir im Chat geschrieben. Oh, unter was ist das denn? Ähm, unter Welten-Ebenen, Pflanzen, Bevölkerung und da kannst du dann einfach anhaken, was du sehen willst. Aha. Für die Felder gibt es ein extra Menü. Was? Welch. Ach, wahrscheinlich Ertragspotenzial dann. Ja, eigentlich zeigt er nur an, wo was wächst. Also aktuell wächst. Weil mein Mais hier, der wächst überhaupt nicht. Ähm, ist das auch bei Ertrags... Ja, obwohl Ertragspotenzial ist ja nur, wie viel da rauskommt, oder? Ist weiß jetzt gut oder schlecht? Ähm, ähm, ähm! Weil demnach würde Weizen hier überall wachsen. Vor allem hier, wo wir gerade stehen, sollte Weizen dann auch wachsen. Ja, ähm, äh, und auch Sonnenblumen und sowas. Ja. Ja, obwohl Sonnenblumen nicht so krass. Ähm, wo haben wir denn Tomaten? Ertragsack, wo welche Pflanze wächst. Weiß ist am besten, okay. Jetzt ist natürlich die nächste Frage. Ich weiß nicht, wie ich das eingestellt habe, wie lange die Wachstumszeit ist. Ja gut, das weiß ich natürlich auch nicht. Es kann sein, dass das dann jetzt erstmal irgendwie drei Wochen dauert, bis vor die gewachsen sind. Ähm, Moment, drei, drei echte Wochen, oder? Ja, ja. Na, oh. Äh, also ich weiß nicht, äh, was eingestellt ist. Wir werden sehen. Äh, ja. Vielleicht sollte ich dir auch mal das ganze Gemüse so ein bisschen von der Brücke wegmachen. Ach, lass doch erst mal stehen. Oh, eine Hundebrücke. Oh. Ups. Sie wollte stiften gehen. Was? Das Problem ist, wenn ich die jetzt natürlich nach Berlin abschelle, ich glaube, ich muss das hier noch mal, äh, abändern. Da kommt natürlich in dem Bier hin. Da kommt ein bisschen weiter. Ja. Das ist dann. 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 Oh, ich hab immer noch nur drei Erfahrungspunkte von 38. Oh, ich hab immer noch drei Erfahrungspunkte von 39. Oh, ich hab immer noch drei Erfahrungspunkte von 39. Oh, ich hab immer noch drei Erfahrungspunkte von 39. Oh, ich hab immer noch drei Erfahrungspunkte von 39. Oh, ich hab immer noch drei Erfahrungspunkte von 39. Oh, ich hab immer noch drei Erfahrungspunkte von 39. Okay, schen wir hier mal. Das ist ein wissenschaftlicher Tisch. Oh, ich hab immer noch drei Erfahrungspunkte von 39. Oh, ich hab immer noch drei Erfahrungspunkte von 39. Oh, ich hab immer noch drei Erfahrungspunkte von 39. Timber! Ja, ja, ja! Das war's für heute. 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 Ich guck grad mal in die Konfiguration rein. Das war's für heute. Ich guckse. 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 Wo ist denn unser Kran oder? Okay. 0. Was hier frisst FPS? Hier ist es. Oh, jetzt ist er schon nöcke, dann brauchen wir den Stein. Ich glaube, ich mache mal hier... Ich glaube, ich mache mal hier. 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 Okay. 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 für alles andere brauche ich irgendwas erforschtes was ich aber schon mal hast du auch fps probleme ich habe noch 20 oder 30 fps wenn ich in die richtung gucke das ist richtig schlimm bei mir aber drehe ich mich um dann läuft es wieder steigen die erfahrungspunkte nicht egal was ich tue also mein erstes fast ganz oben und ich habe jetzt die letzte stunde bestimmt nicht ein erfahrungspunkt dazu bekommen bei den sternen doch ein okay bei den sternen spieler erfahrungspunkte genau wie fast oder vier ja und ist also es steigt bei mir einfach extrem langsam und ich weiß nicht wo das liegt also ich meine dein essen ist ein bisschen ausgeglichener als meins ja also ich habe multiplikator von 25 die zahl die in dem ding drin steht oder die unten drunter steht weil in dem ding steht auch 25 4 bei mir steigt es halt extrem langsam okay bei mir ist jetzt auf 9 angestiegen aber der sagt mir auch der nächste stufenausstieg ist in einem tag und vier stunden kann das vielleicht dran liegen weil ich noch die ganze zeit immer getestet habe und hier mit den super werten auf dem server einfach umgestanden habe ja gut das kann natürlich sein dass das in der zeit dann besiegen ist bei dir was macht denn ja also wenn du willst kann ich die werte auch noch anpassen ja zumindestens denke ich mal ein kleines bisschen höher weil alles was ich jetzt machen wollen würde dafür brauche ich wieder einen stern holen 3 3 4 und also wir könnten jetzt einmal den server neu starten und dann kriegt man vier punkte pro tag oder eher nur weniger wie viel waren das denn vorher die man pro tag bekommt ja gut das ding ist halt immer dass das halt in menschen tagen quasi vergeht also ja wie live tagen genau dann würde ich vielleicht auch hier lassen also wir können aber wenn wir uns gleichzeitig hinlegen verstreicht die zeit dann also ich meine wofür ist das hinlegen da so ich lieg jetzt im singleplayer vergeht dann die zeit es gibt hier ein sleep template hi sorry ich war da gerade in der unterhaltung na wie geht's also wir könnten den server neu starten und eine kurze pause machen und dann habe ich jetzt den sleep aktiviert und die sterne sollten auch dann schneller laufen ja ich glaube das wäre ganz gut weil sonst geht uns ziemlich schnell das aus was wir machen können ja ja also musst du sagen wann es dir am passen passt und dann können wir das einmal eben machen ach so ja sonst wenn es bei dir gerade passt können wir es auch eben direkt machen dann ok dann bei mir ist sowieso nichts mehr ok ja dann würde ich eben eh ne kurze pause machen und den server neu starten dann würde ich zum hauptmenü gehen genau also ich würde dann eben eine kurze pause machen und dann sehen wir uns gleich wieder also bis gleich auch ja 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 wir Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh Gott, das ist das Nef. Ach, ich bin schon wieder sehen. Oh. 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 So, I am back. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz übertrieben, oder? Nee, man kriegt ein bisschen was pro Schlag. Okay, das ist in Ordnung. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Bäume man fällt oder wie viel man sammelt und so, ist das dann in Ordnung. Ansonsten wäre ich einmal durch meinen Baumwollfilter hinten durchgelaufen, dann hätte ich alle Sterne, die man kriegen kann. Ja, wir können das jetzt noch mit dem Schlafen ausprobieren. Jo, alles klar, ich lauf zum Zelt. Kann man mal testen, ob das nur einer machen muss oder mehrere. Ähm, ich stand gerade in Unterhose. Da. Ja, das... man zieht sich wohl aus, wenn man ins Bett geht. Das habe ich auch schon gesehen. Ach, sehr cool. Also, ich liege im Bett, ähm... Passiert nichts. Okay. Ja, jetzt passiert was. Uh, nice. Die Frage ist, ob das auch sowas bringt. Ob das an den Erfahrungspunkten was bringt. Gute Frage. Ja, aber dann hat man jetzt erstmal Punkte zum Ausgeben, um ein bisschen weiter zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Dann, äh, frohes Holzhacken. Dann nur Deutsch-Bolt. Danke. So. Jo. Jo, Prost Mahlzeit. Dann... Die können wir mal eben abladen. Ah, ne. Dann können wir eben... Holz holen. Dann können wir eben... Oh. Oh. ... ... Es wird hier dringend wieder Bäume pflanzen. 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 Okay. 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 Ssssssssssssdallu Herstellen Fertigkeiten abkochen Schreinern Schissbrauchen Grundlegendes Update Was für Module kann man denn hier Schreinern Schreinern Aha Ok Schreinern Schreinern Ssssss Schreinern Schreinern Oh, was für ein dummer angucken. Der Boden sieht doch anders aus, oder? Ähm, meinst du, wo die drauf gepflanzt sind? Ja, nee, doch nicht. Ha. Oder muss man wirklich eine Gießkanne herstellen? Ja, aber am Werkzeugtisch können wir ja noch, also da ist keine Gießkanne. Ähm, was wir natürlich vielleicht, äh, machen, damit es schneller wächst, äh, ist Dünger. Ja, aber das muss man erst erforschen, beziehungsweise erstellen. Ähm, sollen wir uns vielleicht einen gemeinsamen Raum machen, wo wir das Forschungsdingsbums reinstellen? Und ein paar Kisten für die, ähm, Bücher und Zettel? Können... Weil wenn man das einmal hergestellt hat, kann es, glaube ich, jeder verwenden, dann macht es keinen Sinn, wenn wir da quasi in Anführungszeichen unnötige Ressourcen reinstecken, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, wo wollen wir das denn hinbauen? Äh, hier, Wumpe? Also die Mitte wäre ja der Fluss, ne? Meinst du denn hier dazwischen so ein, äh, Brückenhaus, oder was? Ja, 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 quasi. Man könnte natürlich... Dann lustig sähe jetzt bestimmt Ton aus. Ja, das auf jeden Fall. Man könnte natürlich hier das Ganze erweitern und dann hier einfach so einen kleinen Raum mit dem Forschungstisch und Truhen. Ja. Zählt das hier als fester Boden? Ich glaube, ja. Also ein Raum zählt auch, wenn du Erde als Boden hast. Ja, warte mal, ich glaube, ich habe den Forschungstisch gerade fertiggestellt. Äh, dann können wir den ja einfach mal testweise mitten auf die Brücke stellen. Ja, da muss halt nur... Ja, der ist auf jeden Fall grün. Ja, doch, hinstellen geht. Aber muss natürlich noch einen Raum. Genau. Okay, gut. Dann, äh, geht das aber zumindest auf der Brücke. Welche hast denn du da genommen? Äh, die Docks-Plattformen mit Support oder die normalen einfach? Die normalen. Okay. Ach Gott. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das sieht realistischer aus. Oh ja. Das war's für heute. Das sieht aber... So. Ich glaube, jetzt kannst du einfach diesen... Das ist dieser Doc-Stapel, oder? Nee, oder was? Doc-Support-Column. Das ist massiv Holz. Das war 60 Stück. Das muss ich auch größer machen, glaube ich. Das ist quasi da, die Ecken sind. Weil ansonsten haben wir keinen Platz, was hinzustellen. Ach nee, Moment, das muss noch rein. Weiter nach hinten, so. Äh, ansonsten haben wir nämlich keinen Platz, was hinzustellen. Ja, da hast du recht. Oh. Oh. Das ist das. Oh. 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 Das war's für heute. 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 Ja, das einzig nervige daran ist, man kann halt nur die paar Blöcke halten. Ach, dein Hammer ist kaputt gegangen. War das so laut? Ja. Oh wow. Ja, das war's für heute. Okay. Hier. Holztruhe. Ich glaube, Schreinerei wäre sinnvoll, das zu machen. Dafür brauchen wir... Das ist fortgeschrittene, das will ich doch gar nicht. Ich will ja auch nur das Basic-Ding machen. Hier, das da. Hier, das da. Ich will ja auch nicht. 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 Dann würde ich das irgendwie hier hin bauen. Ja. 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 Okay, perfekt. Das funktioniert schon mal. Dann können wir nämlich die Einzelnen, die der Forschungstisch zum Craften braucht, die nicht in die Truhen passen, dann hinten in das winzige Lager reinlegen. Das sollte ja von der Größe her erstmal passen. Ja. Weil, ähm, die Bücher und diese Blätter, die verbrauchen sich ja nicht, wenn wir die herstellen hier am Forschungstisch. Ah. Die müssen wir alle lagern. Ah, okay. Äh, was? Was? Hä? Ähm, ich weiß nicht, ob du den Multistream gerade offen hast, also vielleicht, also... Ja, dass dasselbe, wie vorhin bei dir auch passiert ist. Und dann bewegt sich das halt einfach nur so weiter. Ähm… 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 Oh, sieht doch schlimm aus. Ach, was. Was, gar nicht. Vor allem, siehst du, als würde dein Zahnfleisch teilweise so über die Zähne drüber kommen. Ja, genau, wenn du geredet hast, dann ist da wie so ein kleiner roter... Ah, ach, 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 ach. Nein. Ich muss mich nur fast verschlucken, dann funktioniert es wieder. Ja, mhm, schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, echt jetzt? Fehlend. Ich hab 20 Hölzer da reingelegt. Hm. Warum will der denn jetzt noch mehr haben? Gierig, ich sag's dir. Und was versuchst du jetzt zu erforschen? Äh, Schreinerei. Äh. Mhm. Danach gehört der Forschungstisch ganz Ihnen. wobei Metzgerei wahrscheinlich auch gar nicht so doof wäre damit ich meine Tierkadaver mal zerlegen kann ich habe bei mir auch noch einen rumfliegen halt aus dem Buch kann ich mir dann gleich eine Seite rausnehmen und dann kannst du das Buch haben und die Seite auch lesen ah ok also ach hattest du ja gesagt die Bücher bleiben bestehen genau und ich also die Forschungsseiten bleiben tatsächlich auch bestehen was ich weiß aber nicht ob man das doppelt benutzen kann müssen wir testen ein ja Okay. Jetzt nehme ich mir das da raus. So, jetzt habe ich ein Forschungspapier. Doch, die Forschungspapiere verbrauchen sich, aber die Bücher nicht. Das Buch liegt hier in der Truhe. Und dann braucht man halt wieder einen Stern, um es dann komplett freizuschalten. Oh, okay. Hier in der. Hey, Schreinerei. Mhm. So und, also können wir quasi jedes Buch einmal freischalten und dann kann sich dann jeder ein Forschungspapier quasi da rausnehmen. Ja. Was ist denn Dendrologie? Die Forschung von Büschen oder sowas? Das ist Gehölzerkunde und ist ein Teilgebiet der Botanik, das die Untersuchung der Bäume in Klammern Baum und Sträucher in Klammern Strauch zum Gegenstand hat. Ey. Okay. Und anders gefragt, wofür brauchen wir das hier im Spielen? Äh, damit wir besser verstehen, wie wir holzeffizienter niedermähen können, um Parkplätze herzustellen. Ah ja, gut. Das macht natürlich vollkommen Sinn. Parkplätze sind ja auch wichtig. Selbstverständlich. Besonders wenn man Teer hat oder Beton. Oh ja. Oh, das wird noch Sinn werden. Und dann zwischendrin machen wir so einen Erdblock hin, damit wir auch noch ein Bäumchen pflanzen können. Ja. Ja. Aber man... Weil Plastikbäume so schlecht CO2 reduzieren. Ja. Und man muss echt aufpassen. Ich glaube, dass es... Wir dürfen nur jeden zweiten Baum fällen. Weil... Du brauchst auch Schatten irgendwie. Ja, natürlich. Das muss halt runterkühlen, ne? Erderwärmung und so. Wenn keine Bäume da sind, dann wird's halt heißer. Ne, das war jetzt sogar ernst gemeint. Sonst verbrennen die Pflanzen, weil die zu viel Sonne abbekommen. Ja, das bei mir war auch ernst gemeint. Das meine ich mit kühlen. Ah, okay. Die Logik dieses Planeten ist außergewöhnlich. Oh, es fehlt Holz. Aber ist dann echt tatsächlich auch so. Ja. Deswegen soll in Großstädten ja mehr Bäume gepflanzt werden, damit die weiter runtergekühlt werden können. Ja. Ja. Ja, also hier, äh... War das Singapur? Du musst dir mal Bilder von Singapur angucken. War das das? Glaube ich ja. 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 Das ist absurd. Ja. Das ist ja mega geil. Also und das ist alles nach und nach, äh, dazugekommen. Also die fangen jetzt auch an, Hochhäuser und so weiter mit, äh, Pflanzen zu versehen. Ja. Ähm, ist ganz cool. Die Rheinenergie in Köln hatte, ähm, auch so ein Projekt. Die haben eine komplette Lagerhalle, beziehungsweise eine Seite der Lagerhalle mit einer Pflanzenwand, ähm, bedeckt. Und, äh, wenn man so, ich mein, Köln ist halt Großstadt und wenn man dann zwischen den Gebäuden ist, wo die Pflanzenwand nicht ist, es ist ultra heiß, wenn die Sonne scheint und sobald du dahin gehst, wo die Pflanzenwand ist, ist es super angenehm kühl. Und, äh, die wollen das jetzt an mehreren Stellen in Köln auch noch umsetzen, zum Beispiel auf Bushaltestellen oder so, dass die die halt auch begrünen, ähm, erstmal um denen Bienchen und so Lebensraum zu bieten und, äh, damit es halt ein bisschen kühler wird in den Großstädten. Das ist geil. Hab ich nicht so das Problem mit, ich wohne auf einem platten Land? Ich wohne auch, äh, auf dem Land. Wir haben auch nicht so das Problem damit. Wir haben ein größeres Problem mit langsamem Internet. Oh, bei uns ist Digitalausbau Nord. Das heißt, äh, ich bin straight up mit Glasfaser mit 2,5 Gigabit angebunden, wovon ich nur 500 nutze, aber ich habe einen konstanten Upload von 100 MB, den ich upgraden kann auf ein Gigabit. Oh boy. Ja, bei uns, ähm, hat das gerade angefangen, aber, äh, also meine Firma macht das und die macht halt nur die weißen Flecken, so heißt es bei uns. Die haben vorher 30, oh, KB oder so nur gehabt, also wirklich fast, also das Internet war quasi non-existent an diesen Flecken. Bei uns heißt es, äh, Breitband. Ja, bei uns heißt es Bauern-DSL. Weil's wirklich nur im Bereich von Landwirtschaft hast du diese DSL-Leistung von, irgendwie, das ist noch unter ISDN, also... Völlige Katastrophe. Man nennt es auch Bambus-Leitung. Ja, genau. Ähm, ich hatte vorher Kabel Deutschland, also hier Vodafone. Und die sind hier so katastrophal geworden, dass du zwischenzeitlich, ähm, ja, was war das? Ich hatte zwischenzeitlich vom Gigabit-Internetleitung nur noch 1 MB. Also ich hab's zum Teil 6 Monate nicht fürs Internet bezahlt, weil die, die Leistung nicht rüberbringen konnten. Oh, wow. Ja, das macht echt Laune. Mhm. Ja, ich hab jetzt mal von 50K auf 100K, äh, geupgradet jetzt, ich glaub vor 2-3 Wochen. Ja, also, das macht schon immense Unterschiede. Auf jeden Fall, wenn ich mir überlege, für die Spiele, für die ich teilweise eine Stunde gebraucht hab, brauch ich jetzt halt nur noch eine halbe, das ist schon, schon gut. Bei mir war eher das Problem, dass meine Festplatten zu langsam waren, um die Spiele zu installieren. Ach ja, das hab ich momentan auch, äh, weil ich hab noch 2 uralt HDDs drin. Äh. Ähm. Mhm, mhm. Deswegen, das Spiel ist schnell runtergeladen, aber diese, ja, den Speicherplatz dann zu verschieben und zu installieren, das dauert dann meistens ein bisschen länger. Ja. Nee, das ist... Aber das Gute ist, ähm, mit so einer Internetleitung kann man sich mittlerweile dann angewöhnen, einfach Spiele zu deinstallieren, weil... Also bei mir ist es jetzt möglich, The Witcher in 15 Minuten runterzuladen. Mhm. Und dann gehst du einfach eben Kaffee trinken und kommst dann wieder und dann ist alles fertig. Ähm. Ja. So hab ich auch nicht mehr so viel Festplattenspeicher. Ja, das werde ich mir dann wahrscheinlich mit dem neuen PC auch angewöhnen, weil, ähm, die, die, äh, Festplatten, oder die SSDs, die sind echt noch ein bisschen teuer. Äh, also ich fand das teuer, so für zwei Terabyte 300 Euro. Oh, okay, ja, nee. Also ich hab ein Gigabit drin, äh, äh, Gigabyte. Nee, Terabyte so. Ich wollte grad sagen, ein Gigabyte wäre aber ein bisschen wenig. Ja. Nee, aber zwar. Ja, aber wenn ich mir überlege, wie viel ich hab jetzt, Sekunde, ähm, dieser PC, ich habe, also meine SSD, die drin ist, wo mein System draufläuft, da sind, oh, die muss ich mal wieder aufräumen, da sind nur noch 8,6 Gigabyte frei, das ist vielleicht nicht so gut. Oh Gott. Dann habe ich eine 1 Terabyte Platte, die ist fast voll und die andere, da sind auch schon 300 Gigabyte drauf. Okay, also ich hab, auf meiner Systemplatte sind noch 200 Gigabyte frei von der 500er und auf der Spieleplatte sind noch 400 Gigabyte frei von Terabyte. Und auf dem Netzwerk Storage sind noch 2 Terabyte von 10 frei. Den müsste ich aber auch mal wieder aufräumen. Ja. Ja, mal gucken, wie ich, wie ich es mit den Festplatten dann mach. Ja, also, wenn man keine wichtigen Daten hat, sind NVMe's eigentlich, da reicht eigentlich ein Terabyte. Und wenn man das dann auslagern kann, ähm, da würde ich dann eher auf eine externe Festplatte oder zwei externe verweisen. Das Ding ist, bei mir sind es halt wirklich nur Spiele, auf der 1 Terabyte Festplatte, die voll ist, da sind nur Spiele drauf, nichts anderes. Oh Gott. Ah, ich werde von meinem Hund attackiert, Hilfe. Ist das eigentlich ein Australian Shepherd? Ja. Cool. Meine Schwester, meine Schwester hat den in schwarz-weiß. Ja, ist auch süß. Boah, die hat mir gerade einen unter die Nase gesammelt, hier stinkt das, das ist so ekelhaft. Boah, die riechen ja immer nach Tod und Verderben aus dem Hintern. Ja, dann, ähm, kann ich nur empfehlen, äh, Rinderkopfhaut und es ist Weihnachten und man sitzt am Küchentisch mit der kompletten Familie und, ja. Also ist ein Familienerlebnis dann. Mhm. Mhm. Stinken kannst du gut noch mit dir, ne? Ja, aber auch noch ganz jung. Also gerade ein Jahr alt. Oh, cool. Beziehungsweise jetzt ein Jahr und zwei Monate. Drei Monate, zwei Monate. Okay. Muss man in NRW eigentlich auch einen Hundeführerschein machen? Äh, man muss einen Sachkundenachweis haben. Also man beantwortet quasi, keine Ahnung, 30 Fragen beim Tierarzt und kriegt dann den Sachkundenachweis ausgestellt. Ohne den kannst du die Steuer nämlich nicht anmelden. Ah, okay. Also hier war, ich glaube, auch ein Sachkundenachweis, aber ich glaube, du musstest auch zur Hundeschule gehen und einen Hundeführerschein machen. Ach krass. Bei jedem Hund oder nur bei gewissen Rassen? Ne, bei jedem Hund und bei deinem, so gesehen das erste Mal, wenn du einen Hund bekommst, musst du den vorweisen und dann reicht es aus, dass du einen Hund hattest. Ja, aber der Hundeführerschein, der ist doch, ist ja nicht bezogen auf den Hund, der Sachkundenachweis ist allgemein, aber der Hundeführerschein ist doch, du musst auch mit deinem Hund diesen Hundeführerschein machen. Genau. Ach krass, okay. Ja, ne, wir machen jetzt, wir sind gerade in der Vorbereitung für die Begleithundeprüfung. Also, ähm, ist mehr oder weniger auch Drogenspürhund? Ne, ne, Begleithundeprüfung ist einfach, ähm, falls dann doch mal irgendwas passieren sollte, weil, keine Ahnung, der Hund bestresst war oder so und man hat vorher diese Begleithundeprüfung abgelegt, dann wird der in einem Gericht milder bewertet. Ähm, einfach weil diese Begleithundeprüfung... Wenn du die bestehst, hast du einen Wisch, der dir sagt, okay, dein Hund ist geeignet, um ihn im Straßenverkehr zu führen. Also, ne, der spielt ja keine fremden Leute an, der bellt nicht an, was, äh, nicht bei drei auf dem Baum ist und so. Ah, okay. Äh. Also, wenn einfach das Gegenüber ein absolutes Arschloch war zum Hund, dann... ...weicht das aus. Hm. Finde ich aber gut. Naja, und da sind wir gerade in der Vorbereitung, aber ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr mit ihr schon die Prüfung haben, dafür ist sie zu unkonzentriert. Ähm, ähm, hast du schon Erz gefunden oder warum hast du das angesetzt? Äh, ja, ich hab ein bisschen was gefunden, das wollte ich jetzt gleich abbauen gehen. Achso. Weil das braucht man fürs Kochen. Oh, was? Hm? Ach, Junge. Und noch schlimmer ist es... ...wenn da cool. ...man muss gefri... äh, frittiertes Gemüse herstellen. Dafür brauchst du... Dafür brauchst du... ...gefrittiertes Gemüse. ...Talg. Ja gut, das... Ja gut, dafür brauch ich die Metzgerei dann wieder. Genau. Wie kriegt man die? Wo ist Metzgerei? Ich glaube, das ist einfach nur eine, ähm... ...Grundfähigkeit? Nee, Metzgerei ist unter Kochen drunter. Nee, gar nicht wahr. Ähm, unter Jagen, glaube ich. Ja, Metzgerhandwerk. Fertigkeitsbuch Metzgerhandwerk ist erfordert. Kann es sein, dass wir das... Warte mal, ich hab noch einen Stern. Ich forsch mal eben Jagen. Es kann sein, dass ich das erst freischalte, wenn ich Jagen freigeschalten hab. Also ich kann drüben, kann ich einen Metzgertisch bauen. Ja, den Metzgertisch, den hab ich auch gebaut, aber, äh... Da kann ich halt X dran herstellen, wenn ich die Grundlagen noch nicht gelernt hab, quasi. Ähm, mal Mechanik, Metzgerhandwerk da. Ähm, dafür brauchen wir zwei grundlegendes Forschungspapier, Kochkunst, Bedürfnissen. Dafür brauchen wir... ...frittiertes Gemüse. Hä? Warte. Ich hab aber noch einen anderen... Der Baum ist ein Kreis. Was? Noch einen anderen Tisch gesehen, so ein Adventure-Table. Okay. Wo war denn der? Gegrillt, 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 gegrillt. Ah, Fletching-Table. Table for Cable Proofs are too. Achte. Okay. Tick, braun, Tisch. Zittel, kraft den Steinmetz-Tisch. Zimmermetz-Tisch. Wer zum... Okay. Hier. Oh, Fleischreste. Was war denn dieser Maske-Tisch? Was war denn dieser Maske-Tisch? Schuss-Tisch. So, letzter Tisch. So, letzter Tisch. Welche Spezialisierung hast du bis jetzt eigentlich ausgewählt? Bergbau, Selbstverbesserung, Holzfällen, Holzfällen und Lagerfeuer kochen. Aber da weiß ich nicht... Ne, das ist ein Standard. Ne, Lagerfeuer kochen ist kein Standard. Ach so. Das hast du auch mit dem Stern gemacht. Ja, genau. Dann... Ja, weil ich hab noch Jagen und Sammeln mit dabei. Ja, ich hab auch noch drei freie Sterne. Ja, okay. Ich hab keinen mehr. Ich hab alle freien Sterne schon direkt vergeben. Sammeln hab ich auch noch nicht. Kochen ist ja mega gut. Ja. Das ist halt... Damit kannst du halt total gut passiv Erfahrungspunkte sammeln. Gerade jetzt, äh... Kann ich das einfach durchlaufen lassen. Und dann krieg ich gleich noch mehr Sterne dazu. Richtig gut. Jep. So, ich hol mal eben Eisen. Jo. So, dann kommt hier das ganze gekochte Zeug rein. Und auch alles, was gekocht werden soll. So, das war hier doch irgendwo in der Wüste das Eisen. So, dann können wir einfach mal 15 Stück mitnehmen. Und dann sind wir gut voran. So, dann können wir uns nehmen. Und dann müssen wir uns einmal gut. Und dann können wir uns und aussuchen. So, das war nicht. So, dann können wir uns immer wieder auf. So, dann machen wir uns schon mal. So, dann können wir uns doch noch mal company. So, dann können wir uns ja wieder senators aufbauen. So, dann kann ich das jetzt auch noch machen. Ich bin so schnell, aber ich bin so schnell. Da kann ich irgendwas kochen. Können wir das mal mit da oben rein. Bis zum nächsten Mal. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das Lagerfeuer so hart? Ich brauche fünf. Okay. Das Ding ist, wo stelle ich denn dann den Buttery Table hin? Ach ja, Moment, ich habe jetzt gerechnet, steht da ja schon. Nevermind. Ach ja, ich habe herausgefunden, wie man Teig herstellt. Du kannst ein Kadaver im Lagerfeuer verarbeiten. Oh, wow, okay. Aber für die frittierten, ja genau, für die frittierten Tomaten braucht man das. Aber, wo war das denn? Ich hatte eben irgendwas frittiertes gesehen, wo ich es nicht brauchte. Oh. Äh. Hier bin ich blöd. Okay, vielleicht habe ich mich auch nur verguckt. Dann stellen wir mal Talc her. So, wir brauchen irgendwie Lagerfeuersalat. So, wir brauchen hier. So. Sip. Das war's für heute. In Echo? Oh Gott. Also in Echo geht das... Als erstes musst du mit B und dann kannst du ein Camp bauen. Das solltest du als erstes machen. Da ist eine Achse und sowas drin. Und dann kannst du einen Werkzeugtisch bauen. Und dort kannst du die Sachen dann einfach herstellen. Ja, im Camp ist ein Lager und da sind alle Grundwerkzeuge einmal drin. Gut, dass du mit B und Sparmen gut verdicht presst. Und dann kannst du mit B. Toto jetzt mal in der Tür. Und dann kannst du mit B. Dann kannst du mit B. Ich kann die Teile fragen, worsen Sie mich ein. Och, wenn du mit B und der Zin Teil vom Amortrat rauskangen. Genau. Da ist ein Inventar dabei. Da findest du dann halt die Sachen drin. Und, ähm, kleiner Tipp, bevor du jetzt richtig loslegst, hast du die Einstellung für das Game angepasst, sodass du ein bisschen mehr Erfahrung und sowas erhältst. Weil, das ist echt drauf ausgelegt, dass du das mit mehreren Leuten spielst und wenn du die, äh, Erfahrungswerte nicht hochstellst, dauert das ewig und drei Tage, bis du, ähm, da weiterkommst. Ja, da müsstest du dir mal ein YouTube-Video zu angucken. Ich weiß nämlich nicht genau, wo du das finden kannst, aber du kannst es auf jeden Fall noch nachträglich in deinem Save-Game anpassen. Das ist dann auch mit, ähm, ich glaube, Echo Singleplayer-Einstellung. Das ist dann, wenn es nicht mehr Ohren geht. Das war's für heute. Das war's. Das war's. So, dann stellen wir uns noch Pfeile her. Das war's. 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 So. Das war's. 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 Oh, okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Die Idee ist. Das war's. 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 Ja. Ja, cool. Das war's. Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Sand. Das war's. 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 Ja. Das war's. 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 Das war's.